Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zu einem schnellen kurzen VoiceOver. Diesmal geht es um den Urza Rover von RSI, den wir ja in der Gamescom Präsentation 2016 gesehen haben. Wir beginnen also hier mit den ersten Konzeptbildern zum Rover, hier beginnt die Arbeit und jetzt ist es die Aufgabe der Designer und Artists, diese Designvorgaben in echtes Gameplay zu verwandeln und an die Qualitätsstandards des jetzigen Gameplays bei Star Citizen anzupassen. Eine der größten Herausforderungen war dabei tatsächlich, dieses Gefährt wirklich Offroad-fähig zu machen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber dafür Sorge zu tragen, dass er auch in den Rumpf der Constellation reinpasst, also insbesondere in diese Laderampe, wo er ja vorgestellt wurde mit der Constellation Aquila. Und das war eine tatsächlich schwierige Aufgabe, weil, wie der Designer selbst sagt, war die Constellation nicht dafür ausgelegt, so einen kleinen Panzer zu transportieren und deshalb hat er sich einen Trick einfallen lassen. Die Räder fahren sich also ran, wenn sozusagen der Parkmodus aktiviert wird. Damit passt der Rover dann in den Laderaum und erst wenn es um Offroad-Tätigkeiten geht, fährt er sie aus. In Bezug auf die tatsächliche Gestaltung des Rovers begannen die 3D-Artists erstmal damit, einzelne Konzeptbilder zu nehmen und diese zu einem Gesamtbild in dem Programm, in dem Designprogramm tatsächlich hervorzubringen und zusammenzubringen. Dann wurde dieses immer wieder überarbeitet, es wurden Details geändert und sogar schon ein paar Teile animiert, um eben die richtigen Verhältnisse herauszufinden und auch zu sehen, dass alles praktisch und gut miteinander zusammenarbeiten kann. Das war hier eine große Herausforderung. Das Cockpit selbst ist für zwei Personen ausgelegt, einen Piloten und einen Navigator. Dabei ist es so gemacht, dass die Konsolen selbst sich zurückklappen können, sodass der Pilot oder der Navigator eben sehr einfach einsteigen können. Und wenn sie dann sitzen, falten sich alle Konsolen wieder aus, sodass sie gut und einfach bedienbar und einsehbar sind. Das gibt eben mehr Fahrgefühl auch und gerade was in Bezug auf den Cargo-Hold beziehungsweise den hinteren Teil des Fahrzeugs geschehen ist, hat sich sehr, sehr schön entwickelt nach Meinung der Designer. Es gibt also sechs einklappbare Sitze dort. Es gibt die Möglichkeit dort auch Last tatsächlich zu transportieren. Und das besonders Interessante an dem Rover war eben, dass sie hier das erste Bodenfahrzeug entwickelt haben, was ein Multi-Crew-Fahrzeug ist. Das heißt, die Möglichkeit, gerade mit Freunden unterwegs zu sein, gerade mit dem Rover Dinge zu entdecken, die man vielleicht im reinen Überflug über eine Planetenoberfläche gar nicht sehen würde, das macht das interessante Gameplay daran aus. Also im Gegensatz zum Beispiel zum Greycat-Buggy, den es ja schon gibt, aber der eben wirklich nur ein sehr vorläufiges Modell war, ist der Rover tatsächlich dafür gedacht, dass man in die Tiefen des Planeten und der Planetenoberflächen eindringen kann, Ruinen, alte Gebäude oder andere interessante Orte finden kann und damit eben eine besonderes Art von Gameplay ermöglicht, was bisher so noch nicht da gewesen ist. Man wird sogar am Ende hinten die Klappe aufmachen können, sodass ja tatsächlich eine Art Drive-By-Situation entsteht und damit auch spannende Verfolgungsjagden möglich sind. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine sehr spannende Episode zum Ursa-Rover. Bleibt dran und see you on the Flight Deck.